Die Sonne geht auf, ein neuer Tag in Bassville Und somit herzlich willkommen und hallo zu Folgnummer 43 meine sehr verehrten Damen und Herren Schön seid ihr wieder mit dabei Und mein Handy ruft und schädert die Weine gestörte Kannst du mal hören So Und die Sonne kommt schrittweise hoch Wir sind wieder zurück Wir sind wieder zurück im Game Und wie man sieht Unsere Pflänze wachsen und gedeihen Es ist aber Zeit zum Wasser geben Die Polizei ist dann aufgehoben Ja das finde ich schön Habe ich Wasser bei mir? Yes Dann gehen wir doch mal gießen Äh F Hydrate 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 Gesundheit hat sogar schon gelitten Das ist noch nicht so gut No more water in inventory No more water in inventory No more water in inventory Dann füllen wir mal unsere Fläschchen auf Vielleicht müssen wir dann noch mehr Fläschchen holen In der Fall schon haben sie wieder mit Die Schönheit wieder eingeschaltet Zu einer neuen Folk Truck Dealer Äh shit Was haben wir gesehen? Hier Hydrate Und unser Prachtstück Hurray So Jetzt sollte ich glaube Gesundheit auch wieder hochgehen Ich hoffe es Ich habe nämlich in der Zwischenzeit eine kleine Zeit vergehen dass das Zeug wächst Es sieht schon geil aus Ähm Wie sieht es draussen aus? Mit unseren Autopflänzen Weil wenn wir den Wasser gegeben haben Würde ich aber sagen dass wir heute mal Geld waschen So Wie sieht es da so aus? Ja komm Dann kehren wir überall noch etwas Wasser Darüber sieht man noch nicht wahnsinnig viel Also jetzt muss ich schauen sich jede verwischen Hydrate 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 Auch noch etwas Wasser Auch noch etwas Wasser Auch noch etwas Wasser Dort haben wir Wir haben noch etwas Wasser Wäre doch viel zu wenig Wasser Bin ich jetzt Es braucht auch nicht Ja No more water Es braucht auch nicht wahnsinnig viel wenn wir sie fleissig ergießen So 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 Das haben wir ein paar Das haben wir gegeben Da können wir noch etwas geben 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 Die ist aber schon eine Kachse Da... 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 Sind das alle? Wenn wir jetzt alle Wasser geben Scheint das so aus zu sehen Ja, easy going Dann schmissen wir doch mal Wir haben unsere Flaschen hier auf den Tisch. Diese Flaschen sind ein wenig gross. So verhältnismässig zum Tisch. Easy. Gute Spiegel. Und wir säkeln los und holen unser Geld. Warte jetzt mal, wieviel... Ja Moin. Wieviel Geld hat Platz in unserem Hosen-Sack? Gut, wir können ja noch eine Koffer mitnehmen. Aha. Was haben wir hier noch so rum? Hier haben wir noch so eine Koffer. Jetzt schauen wir schnell hier, ich glaube die ist noch am letzten Deal. Nein, die ist leer. Auch hier haben wir noch eine. Da ist noch Geld. Genau, die nehmen wir selbst mal mit. Aber wir füllen natürlich die Koffer noch. Mit Money. 14900... Ja komm, egal. Und jetzt den noch mit. 29 mal 50 Gramm, ok. Nein, the police have found your Mariana plant. Nein, die Cops haben unsere Pflanze gefunden. Ja gut, aber die weiss jetzt nicht, dass sie ist, oder? Ähm... Geht jetzt da irgendwie unser... Das geht nicht hoch, oder? Ich hoffe es jetzt mal. Ja gut, wir haben uns jetzt auch nicht wahnsinnig gut versteckt. Aber ich hoffe, sie haben nicht alle gefunden. Ah shit, das sollte man noch sagen, dass wir kommen haben. Ähm... Fälschi durch. Ähm... Gustavo. Ja, haben wir gelesen. Ähm... Der Gerach. 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 Ich hätte gerne ein Meeting. Wo bist du? Die Ganglieferung, die nächste hierher. Dann trifft ich mit Gerach. Okay. Dann gehen wir mal zum Gary. Dass wir wieder ein wenig Cash, äh... waschen können. Der lebt auch sehr gut mit uns. 40% Alter. Hoppa. Hoppa. Und wir kommen jetzt hüpfen. Richtung Grenzen. Sektor B. Wir schauen nur, wie gut. Wir haben wirklich nur Geld dabei. Hallo. Keine Panik. Don't move or we taste you, buddy. Ja, ja. Oh, sie haben noch eine Pflanze gefunden. Okay, das ist... Ich nehme mal schnell Sicherheit selber. Nein, es geht nicht rauf. Okay. Okay, so. Moin. Ähm... Jetzt weiss ich nicht mehr, wie das es war, mit diesen Dingen, ob ich alles auf einmal abgeben kann. Ja. 53.826. Und jetzt läuft der Gaube weg. Ja. Darum... Äh... Es gibt nichts... Hey, lass. Wo hast du meine Tasche? Hier. Es hat gar nichts gebracht, dass wir, ähm... die zweite... Hier hat es einen Backofen können. auch mitnehmen. Ein zweites Ding gemacht haben. Aber das ist ja nicht so tragisch. Aber der Koffer ist ja jetzt leer, oder? Genau. Dann kann ich den eigentlich... so nehmen. Und den so nehmen. Genau. Und hier. Jetzt wollen wir schon mal da sein. Hey, Jamie. Wie geht's dir? Ihr braucht nicht Medizin. Laborequipment. Ihr bräuchte nämlich... ein bisschen... schon wieder... Ach, shit. Ich bräuchte so ein paar Container. Für unser neues Labor. Und... Ich glaube, das wär's einfach mal. Jetzt sehen wir da, was wir noch brauchen, wenn wir das Zeug... Wahrscheinlich noch irgendwie ein Grinder, oder... verkaufen wir das... Nein, blöds... Nein, das verkaufen wir ja so. Ähm... Garage in der Altstadt. Kleines Lager in der Altstadt. So. Ähm... Weisst du was? Wir brauchen eigentlich noch mehr. Aber jetzt haben wir ja alle gekauft. Shit. Ja. Egal. Weil... Die finden eine Pflanze nach der anderen. Scheisse. Ähm... Nein, ich habe gerade überlegt, dass wir hier neben dem Sektor B auch mal noch ein grosses Lager anlegen. Ich weiss, dass wir irgendwo... Ihr letztes... etwas deponiert haben. Ich glaube, das war hier hinten. Dort hinten irgendwo. Aber jetzt sollten wir mal ein bisschen mehr... Okay. Ein bisschen mehr Stoff... Ähm... Parat haben, für wenn wir hinbekommen liefern. Vor allem für ähm... 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 Wenn wir die kleinen Dealer einmal alle machen wollen. Obwohl wir uns jetzt auch mal wieder darum kümmern sollten. Also die kleinen Dealer. Die, denen ich so viel Geld gebe. So... Ähm... Haben wir hier wieder einen Lernkofer. Und... Das Bargeld können wir eigentlich wieder... Da drin shoppen. Ah... Wenigstens das vom Hosen-Sack können wir noch geben. Ja... Aha... Ja... Come on... Dann nehmen wir noch 1 Dollar in den Sack. Gut... Ich könnte den Hosen-Sack noch ein bisschen so füllen. Dann haben wir wenigstens ein Reno, ob sie kaufen müssten. An Geldbeinies. So... Ähm... Die würde ich gerne irgendwo her tun. Ich habe die nicht gesehen. Ja... So steht der natürlich immer. Ist klar. So... Ähm... Ah... 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 Okay... So... Kann ich jetzt direkt hier drin kümmern? Nein, scheisse kann ich ja gar nicht. Okay... Das war dumm. So... Also 1 haben wir. Aha... Ja... Jetzt müssen wir halt schnell alles umbiegeln. Ich verwirrte heute sein Vater. Du-bi-du-bi-du-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. So... Das sind ja gerade 50... Das können wir lassen sein. Warum habe ich eigentlich vorher die 50 Nährgänge noch eingepackt? Jelow... Haha... Jetzt bin ich schon dumm. 150... 150... 150... Ähm... Gut... Das hier kann Wie viele haben wir in der Mittlerwille? 12, 13, 14, 15 Hier hinzufügen, zack Hier hinzufügen, zack Hier hinzufügen, zack Hier hinzufügen, zack Hier haben wir die Mengen die wir schieben Ja, Respekt. I know, I know, I know. Das Spiel sagt uns die ganze Kümmer die um die Dealer, du Sack. Und wir sagen, nein Mann, wir wollen reich werden. Äh, zack, zack. Dann haben wir 18, 19, 20, sind 23. Ja. Wir tun es, wir tun es, wir tun es, wir tun es, wir tun es. Ehh, hier. Ah, hier. So. Zack. Und Zack. Gern und Zack. Okay. Es gibt auch nochmal 3x50 Gramm. Ja, jetzt haben wir ja keine Autorpflanzen mehr. Jetzt ja nicht. Gut. Und nach meiner Rechnung sollten wir jetzt 27 haben. Perfekt. Und warum können wir jetzt 27 tragen? Ja, sie finden eine Pflanze in der anderen an. 27. Warum können wir jetzt 27 tragen und vorher nicht? Ah, wir brauchen 29. Shit. Ja, äh, jetzt haben wir ein Problem. Es wären noch 2 Säcke, also noch 100 Gramm. Die können wir eh nicht mehr tragen. Dann würde ich sagen... Jetzt muss ich auf die andere Seite... Ja, shit. Dann würde ich sagen... Dann gehen wir schnell... Weisst du was? Jetzt nehmen wir Hurti der Bauarbeiter... Oh. Da durch. Hurti der Bauarbeiter-Tunnel. Mittlerweile können wir ja wirklich sagen, dass wir das Geld eigentlich haben. Für solche Spesse. Moin. Schon wieder gut. Wir haben jetzt wirklich... Äh, ja komm. Ja, ja. Hach einfach. Tschüss. Jetzt haben wir wirklich keine Pflanze mehr. Ah ja, was ist das? Hauptsache müssen wir alle noch ein Wasser auf den Kopf finden. Was? Also, Sachs und 21, sie 27. Jetzt können wir wieder normal... Ja, Moin. Hallo Freunde. Wirklich jetzt. Oh. Okay. Clean. Go home. Nein. Geht nicht hin. Ich muss da noch ein paar Kilogramm schieben. Hey, you. Stop right there. Do you have anything illegal on you? Nein. Rein gar nichts. Mein Freund. Duere Kevin. Alright. Off you go. So. 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 hier rein Produkte verpacken 2x50g so aber weisst du was wir machen uns jetzt wieder ähm wir machen uns jetzt wieder äh ein kleines Depot also beziehungsweise wir machen uns jetzt einfach den Sack voll und deponieren das dann für das nächste Mal ach shit eigentlich hatte ich jetzt noch diesen hmmm und warum habe ich jetzt wieder 50g ah nein ist gut ich studiere zu viele Sachen gleichzeitig da kommt nur noch Blödsinn raus und ihr findet es noch lustig ah shit jetzt zeigt mein OBS ist schon wieder ein Fehler ich weiss nicht das ist der letzte ich weiss jetzt auch nicht wie lange sie schon aufgenommen haben aber es läuft schon wieder ein Countdown runter von 40 Minuten ich weiss nicht keine Ahnung was los ist ich weiss nicht ob die Aufnahme wird verkackt sein weil meine Festplatte ist das mal nicht voll ich weiss nicht was das Problem ist ich weiss nicht ich weiss nicht ob es langsam echt ein wenig mühsam ist weil ich so einfach nicht anständig aufnehmen kann so so jetzt haben wir hier jetzt haben wir hier 13 äh 16 Stück dann gehen wir das mal rüber ich speichere dann noch schnell einfach nur für den Fall dass jetzt die Aufnahme abschmiert aber keine Ahnung ich kann sie wahrscheinlich nicht beenden ganz komisch es ist schon so äh äh nein wir müssen da durch sonst sollte ich noch Geld haben für eine Heini oder? ja haben wir vorher noch einmal 50 gezahlt dann haben wir doch dann haben wir doch 400 im Sack gehabt hey Fritz mach mir die Töre auf danke Tschüssi Kowski Das ist ein Kuss. Hey, das scheisse mich jetzt wirklich gleich ein wenig an. Vor allem weiss ich nicht warum, was genau das Problem ist. Am letzten Mal bei Folge 40, weiss ich noch, ist wahrscheinlich das Problem wirklich gewesen, dass ich die Festplatte vollgezogen habe. Aber das kann jetzt nicht schon wieder der Fall sein. Ich habe jetzt zwei Folgen aufgenommen. Inzwischen ist es auch nochmal abgeschmiert. Was haben das gehabt? 26, 27, 28, 29. Ciao! Gut, und jetzt würde ich gerne den Rest noch deponieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal daran denken, dass wir das noch deponiert haben. Ich glaube, das war da hinten. Ich weiss es nicht mehr. Nein, das war nicht hier. Shit. Wo war es? Hilfe! Haben wir da hinten noch irgendwo eine Hütte? Wo haben wir unser Stoff gebunkert? Ich habe es voll vergessen. War es da hinten irgendwo? Nein, da auch nicht. Ist es dort gewesen? Nein, das ist Yoga-Garage. Wo haben wir unser Stoff gebunkert? Ich habe es doch irgendwie gemischt. Ja, mit dem Turm. Genau. Hier ist es gewesen. Hoppla. Ja, da steht, da haben wir schon gekocht. Das ist gut. Türen zu. Äh... Aufheben. Nein. Dann schnell hierher. Dann schnell aufheben. Genau. Hier haben wir noch 100 Gramm rumliegen. Ähm... Jetzt machen wir das so. Dann schnell hierher. Dann so. Dann stellen wir das Zeug hier an den Boden. Ich habe keine Angst, dass ich etwas verlieren. Moin. Ähm... Dann nehmen wir das hierher. Das nehmen wir wieder so. Und dann sammeln wir das hier wieder auf. Ähm... Jetzt nicht viel mehr soll es sein eigentlich. Eigentlich schon, oder? Shit. Jetzt habe ich mich nicht geachtet. Egal. Den stellen wir jetzt nicht. Den legen wir jetzt. Gut. Ähm... Ich muss noch schnell speichern. So. Und dann wäre es das gewesen von der heutigen Folge. Ich nehme jetzt mal an. Ich habe keine Ahnung wie lange es die ist. Und ich weiss auch nicht, ob es jetzt wieder abstellt. Oder ob wir es nicht schaffen, es abzustellen. Ob die Folge weg ist. Ich muss das Problem irgendwie in den Griff bekommen. Scheissdreck. Ah ja. Auf jeden Fall. Schön seid ihr mit dabei gewesen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wenn es euch gefallen hat. Lass doch gerne einen Daumen nach oben an. Kanal abonnieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns morgen. Hoffe. Zur neuen Folge. Tracktür durch Simulator. Bis gleich. Simulogy. Ciao. Ja. Das ist jetzt nämlich genau das Problem. Ich kann nicht abstellen. Mist. Schönen Moment. Also falls ihr das hier noch seht. Ja. Vielen Dank.